Dieses Buch hat mich komplett überrascht. Es ist auch von Edition 5. Es ist von der Mona Hörring, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Es spielt in Norwegen, was ich auch schon sehr spannend fand. Und bis zu diesem Erstlingsroman von der Autorin hat sie Gedichte geschrieben und das merkt man. Also so komprimierte Sätze, die so viel sagen. Also ich selber würde wahrscheinlich zwei Seiten schreiben, was da in einem Satz steht. Und es war überraschend erotisch. Der Hammer mit ganz zwei Sätze haut die dir erotisch um die Ohren, dass du denkst, das kann nicht wahr sein. Es geht um ein Mädchen, das sich in der Pubertät oder im Teenageralter befindet, das die Sexualität entdeckt, das aber auch die Mutter an einem Selbstmord verloren hat. Das kriegt man gleich am Anfang mit. Und mich hat dieses Buch wirklich so fasziniert, dass ich es gestern Abend in einem Rutsch durchgelesen habe und nicht mehr aufhören konnte. Es sind jetzt viele Seiten, aber es beschäftigt einen brutal und ich würde es nochmal lesen und wahrscheinlich öfters lesen, weil es einfach sehr komprimiert ist. Und jetzt möchte ich gerne etwas vorlesen. Hinten drin ist nämlich ein Interview und da kommt auch das Thema mit der Sexualität vor, weil das wirklich überraschend ehrlich ist, wie sie schreibt. Und direkt, Laura hat viele sexuelle Fantasien, doch in den eigenen, konkreten sexuellen Beziehungen lässt sie mehr das Begehren anderer zu, als selbst etwas zu fordern. Jetzt sagt die Autorin dazu, das Interesse an verschiedenen sexuellen Identitäten ist ein wiederkehrendes Thema in meinen Büchern. Ich möchte über das Sexuelle etwas sagen, das befreit, zumal es von manchen als sündig und abstoßend gewertet wird. Für die Frauen in meinen Büchern soll die Sexualität ein Freiraum sein. Sie sollen auf diesem Gebiet gesund sein dürfen, möglichst wenig beschädigt und verkrüppelt. Ich versuche immer, sie in einen sexuellen Seelenfrieden hineinzuschreiben. Die Frauen, über die ich schreibe, sollen der Lust und dem Begehren mit Freude begegnen können. Sich mit Genuss darin bewegen, ohne Zwang, ohne Gebote, ohne Verbote. Ich habe mich entschieden, den Bereich des Sexuellen als eindeutigen Freiraum darzustellen. Und das ist das, was so super in dem Buch ist, was es auch so erotisch macht. Es geht da nicht darum, dass die Sexualität im Vordergrund steht, aber sie ist ein Teil vom Leben, der in ganz vielen Romanen verschwiegen wird. Und das ist das, was mich selber als Autorin so beschäftigt. Ich möchte das Sexuelle nicht weglassen oder verheimlichen oder beschönigen, sondern so beschreiben, wie es Frauen eben empfinden, auch unterschiedlich empfinden. Und das hat die Autorin wahnsinnig gut geschafft und ist für mich wirklich ein Vorbild. Also Hammerbuch, lest das Buch und es bringt euch weiter.